Heute gibt es Shade vs. Ultra Mega Lucky Block. Welcher Block ist der stärkste? Schreibt's mal in die Kommentare. Meine Base sieht so aus. Ich hab ein kleines Dörfchen gebaut, aber die Wolle ist hier drin versteckt. Wuhu, da unten. Mein Gegner ist die Steffi. Hallihallo. Und wie ihr seht, damit ihr Spiel nicht crasht, hat sie die krassen Blöcke und ich hab die Shade-Blöcke. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Lucky Block Video. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefällt und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir spielen jetzt Shade vs. Ultra Mega und es geht los in 3, 2, 1, jetzt. Bam. Oh, ich hab direkt das Chatpack. Ich könnte direkt zu dir rüberfliegen. Aber Leute, wir fliegen nicht mehr in Lucky Rush. Was ist denn das? Ui, ich bin runtergefallen. Slash Kill. Verdammt. Oh, oh. Steffi, ich hatte gerade was Krasses. Krass, was? Ja, das war ein bisschen zu heftig, aber oh, ich könnte direkt zu dir schon mal rüberrushen. Der Grund, warum Steffi die Ultra Mega hat, ihr wisst noch aus dem letzten Video, Leute. Ich verlinke es euch mal oben beim i. Da ist nämlich das Spiel gecrashed von Steffi, weil die Rüstung einfach viel zu krass ist. Und was hab ich denn? Ich hab den Rainbow Orb. Damit könnte ich jetzt schon fliegen, Steffi. Ich könnte jetzt schon fliegen. Aber das wäre ultra langweilig. Wenn ich jetzt einfach rüberfliege und die Wolle abbaue, Steffi Kill, dann ist die Folge ja jetzt schon vorbei. Und das wollen wir ja alle nicht. Und wir wollen jetzt gleich vollkommen eskalieren. Und deswegen baue ich hier mal die Sachen ab. Hala, diese Rüstung. Hast du diese krasse Rüstung? Ich hab jetzt schon 1,1 G. Was? Und ich hab noch nicht mal einen Helm auf. Was? Ja. Hey, du hast noch nicht mal einen Helm auf. Was fehlt noch? Also fehlt nur noch der Helm. Ja. Ja, verdammt, Alter. Ich hab noch nicht mal Shade-Zeug. Was ist hier los? Oh, jetzt hab ich Erde. Ja. Kann ich mir ein bisschen vorbauen mal. Äh, nee. Ich hab eine Melone gekriegt. Alter. Ey. Nee. Hallo. Oh. Okay, was hab ich hier? Jetzt hab ich... Ich hab die Shade-Hose. Oh, jawohl. Jetzt bin ich zufrieden. Ich bin mal gespannt, was das für ein... Äh, den Shade-Helm. Wow. Geil. Oh. Upsi. Ich hab ein Item, wo schon dabei steht, in Klammer, der Gamecam. Crash. Ich nehm's mal lieber nicht. Ja, nehm das bitte nicht. Nehm's bitte nicht. Bitte nicht nehmen. Also sollte ich dieses eine Right-Click-Ding wieder kriegen, dann nehm ich das auch nicht. Oh. Ich hab Shade-Material. Aber ich hab keine Work-Batch, um mir was damit zu craften. Wow. Und wo ist mein Backpack? Hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Pack mal erstmal alles hier rein. Vielleicht kriegen wir ja jetzt noch Holz. Und dann kann ich mich auch Full Shade machen, auf jeden Fall. Und dann sind wir gespannt, welche der beiden Blöcke stärker ist. Also ich glaube ja fest daran, dass Shade der ultimativste Lucky Block ist, aber der Ultra-Mega-Lucky Block, der macht schon sehr Konkurrenz, ne? Würde ich mal behaupten. Das Ding ist halt, wenn du das Shade-Schwert hast, habe ich halt schon mit verloren. Oh, ich habe was anderes. Ich habe die Shade Skiff. Skiff? Wie spricht man das aus? Sküffe. Sküffe. Sküffe? Das spricht eher türkisch. Nein, Sküffe. So, Sküffe. Heißt das Sküffe? Sküffe. Ja, sprich mir das bitte mal in Englisch aus, Alter. Sküffe. Was? Skife. Skife? Skife. 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 Okay, dann ist es ein Skife. Sküffe ist ein neues türkisches... So, ich habe alle Blöcke aufgemacht. Oh. Du hast alle Blöcke aufgemacht. Hast du was richtig krasses gekriegt? Ja, ja. So, ich habe auch alle Blöcke aufgemacht. Meine beste Waffe... Schnell nicht einfach. Meine beste Waffe ist Sküffe. Und ich habe Shade-Blöcke. Sküffe? Sküffe. Sküffe. Alter. Äh, Steffi. Das wird jetzt, glaube ich... Ich glaube, wir landen bei dem God-Mode, wenn wir uns jetzt hitten. Ich glaube auch. Also ich kriege von... Wow. Ah, ich bin so dumm. Ich habe mich gerade beim Hochstacken verbaut und bin runtergefallen. Ich wollte Fast-Bridgen, aber ich kann es immer noch nicht. Oh. Ich bin so schnell, dass mein Gesneak das schneller ist als jedes Fast-Bridgen. Nein! Bist du im God... Oh, Server ist abgestürzt. Nein, Server ist nicht abgestürzt. Der kann doch nicht abgestürzt sein. Ja! Deine Rüstung ist weg! Ich bin im God-Mode! Slash-God-Mode! Meine Rüstung ist gar nicht weg. Hä? Da ist was kaputt gegangen bei dir. Nein. Doch! Du hattest gerade keine Rüstung. Guck dir das Video an! Du hast keine Rüstung! Ich habe aber Rüstung an! Hallo, was hast du da für ein Schwert, Alter? Ja, das ist gut. Du hast keine Rüstung! Doch! Ich habe noch immer 1,1 G. So. Was, Alter? Ich kann dich jetzt... Lol! Hä? Was machst du denn du mit mir? Halleluja, Alter! Ich lenke mich da. Oh Gott! Und du kriegst mich gekillt! Ich habe mich getötet! Verdammt! Ich kann... Nein, Stab... Oh, ich muss deine Wolle... Ich kann dich nicht töten, Alter! Mein Sekhüff kann nichts machen! Mann! Oh Gott, ich habe dieses Stab-Arm. Oh, Mann! Dieses Sekhüff! 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 Oh, nein! Das gibt es ja nicht! Das gibt es ja nicht! Ich wusste, dass es so irgendwie endet! Ich habe ja nicht mal Holz gekriegt, damit ich mir Shade komplett... Ah, warte mal! Shade! Warte! Nein, stopp! Wir müssen erst die Wolle finden! Dann bauen wir das Holz ab, was Steffi benutzt hat! So. Sekhüff! Was hast du da für eine Base gebaut, Alter? Ja, was Tolles! Was Tolles? Wupp, wupp! Wupp, wupp! Was hast du hier für Mini-Häuschen gebaut? Ja, das ist ein Schlumpfendorf, Alter! Schlumpfendorf! Ja, ich dachte mir, zu Shade passt Schlumpf! Weil das auch blau ist, Alter! Kreativ, oder? Übel! Übel! Übel, Katübel! Wo ist deine Wolle? Wo ist deine? Meine? Die ist sehr gut versteckter Rino. Versteckter Rino? Ja, ja. Hä? 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 Oh! So, Steffi! Ich bin runtergefallen! Hab deine Wolle! Und jetzt... Jetzt hole ich mir mein Shade-Zeug! Ah! Bin runtergefallen, verdammt! Oh, ich muss Godnod machen, sonst kann ich mich nicht töten. So, okay. Wir machen das jetzt voll nochmal. So, so. Uiuiuiuiuiuiuiui! So, so. So, warte mal. So. Wer kommt denn da? Ist wieder angeflogen! Staphaloni! Nein! Ich muss das andere Schwert nehmen. Na, ich bin doch schon im God-Mode, Alter! Das wusste ich nicht. Such weiter meine Wolle! Ich muss dich jetzt doch irgendwie gekillt kriegen. Und ich hab nen Plan! Weil Shade ist der ultimative Lucky Block. Oh, na. So, oh, warte. So. Geil, ey. Se küpf! Se küpf! Oh, Mann. Oh, Mann. So, und nochmal, komm. Steffi! Steffi! So. Jetzt ist nämlich Ende Gelände. Ich krieg dich down. Ich krieg dich jetzt bestimmt down mit diesem ultimativen Plan, den ich hier habe. Und zwar machen wir eine BAM! Und BAM! Ah, Nuggets rein! Und BAM! Und BAM! Und dann machen wir noch ganz schnell das da. Und das da. So. 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 Und zack, zack, zack. Steffi! Stirbst du? Ich hab Godmode. Du hast den Godmode parkt. Das heißt, du bist tot. Ich hab jetzt deine Wolle gefunden. Ja, aber ich, du bist tot, wenn du Godmode hast. Das heißt, ich hab gewonnen mit dem Shade Lucky Block. Ja, nur mit dem blöden Shadeschwert. Das Shade, das war die einzige Rettung, Alter. Das Shadeschwert hat mich sowas von gerettet. Weil, guck dir das mal an, Alter. Das ist die ultimative Weapon. Das heißt, Shade ist immer noch stärker als Ultra Mega Dingens Bumsens, Alter. BAM! Wer hätte das gedacht, dass das so endet? Ich nicht. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Lasst ein Abo da. Schaut jetzt das nächste Video an. Bis dann und tschüss. Bis dann.